Wir kommen zu der nächsten Babybrain EP, Ordinary Feelings und somit auch die letzte EP. Wir haben somit alle EPs von Babybrain abgecheckt, für die Leute, die jetzt wieder irgendwo wild in die Tasten hauen, in die Kommentare schreiben. Wo bleibt die Reaktion, wo ist die Reaktion auf die EP und so weiter und so fort. Müsste, sofern alles noch online ist, sofern nichts gesperrt worden ist, alles online sein. Müsste alles irgendwo auf dem Kanal rumfliegen, müsst ihr einfach mal danach schauen, danach suchen. Die letzte EP, ziemlich schade, dass sowas irgendwie schon zu Ende geht. 16 Minuten 24, ich bin wie immer sehr gespannt, wie immer lassen wir viel laufen, wir reden vielleicht ab und zu so ein bisschen was. Lassen aber viel laufen, wir sind gerade live auf Twitch, erster, zweiter, 34.743, der Link in der Beschreibung kommt ihr direkt auf meinen Twitch-Kanal. Wir sind sehr oft live, wir lassen uns einfach dabei, wir sind sehr oft live, 3-4 Mal die Woche, 3 Mal die Woche eigentlich, 3 Mal die Woche. Und reagieren auf neue Musik, reagieren auf Taddle, Sierra Kid, Edus Sire und so weiter und so fort. Wir machen Musik zusammen und haben einfach Spaß. Liken, Support, ist kein Wort, ganz wichtiger Hase an der Stelle. By the way, ich sehe auch wieder die Dislikes. Ich sehe wieder die Dislikes. Ich weiß nicht, warum das jetzt wichtig sein sollte, keine Ahnung. Ich wollte es einfach nur ganz kurz erwähnen für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben. Ich sehe hier wieder die Dislikes. Ich bin sehr gespannt. 16 Minuten 24 ab. Okay, wir lesen uns das ganz kurz durch. Stuck Monsters mit Lulu. Lulu hatten wir zum Beispiel auch bei Pew Pew, oder? Das war der Song. Ich glaube, sie hat unter ein oder zwei Videos von mir auch kommentiert. Chat, kann es sein? Ich glaube zumindest. Dann haben wir Falko, Body, Lost and Found. Okay, 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 okay. Don't Call Me mit TJ Beast Boy. Kennt man TJ Beast Boy? Kennt man, oder? Ich weiß nicht. Und dann als siebten Song Just Another Day, Up Forth. Is Newcomer, ach so, is Newcomer. Crazy, deswegen kennt man ihn nicht. Aber schon lustig, gell? Die haben beide TJ im Namen. TJ Baby Rain, TJ Beast Boy. Als ob das mit Absicht gemacht worden ist. Komisch. Wir haben schon wieder so ein ganz, ganz komisches Soundbild. Es gibt mir jede EP, gibt mir so in einer positiven Art und Weise komische Vibes. Bruder, guck mal, schon wieder. Es gibt mir erst so voll diese deepen Vibes. So nach dem Motto, Digga, jetzt halte ich fest, jetzt geht's wieder ganz, ganz deep rein so. Und auf einmal fängt er hier an so mit einer sehr hohen Stimme, sagen wir mal so, den ganzen Song zu eröffnen. Die ganze EP zu eröffnen. Schon wieder Tage lang gefangen in den selben Gedanken. Es frisst mich auf, es frisst mich auf. Schon wieder Tage lang gefangen in den selben Moment und so langsam bin ich auf. Es frisst mich auf. Oder was passiert hier schon wieder? Chat, Real Talk, mal ganz kurz, was passiert hier schon wieder? Sim, schönen guten Abend. Und leider, ich sag mal leider, hat er bei der EP nicht irgendwo so ein paar Lyrics eingeblendet. Leider, weil ich teilweise bei der Babybrain-Sache oft das Problem habe, dass ich nicht auf Anhieb alles verstehe, weil halt teilweise auch die Stimme sehr verwaschen im Beat ist und sehr miteinander verschwimmt. Das, was natürlich vollkommen mit Absicht ist, was ich natürlich auch komplett verstehen kann. Nur leider, ähm, verstehe ich dann so lyrisch nicht direkt alles auf Anhieb so. Aber wir kriegen das so hin, Chat, wir kriegen das so hin. Und das produziert er alles immer noch selber, oder was? Komplett, komplett selber? Bruder, das ist... Es geht einfach immer irgendwie ab, ne? Du stellst dich immer auf was ganz anderes ein, wie es letztendlich kommt, so. Beziehungsweise du kannst dich auch gar nicht so drauf einstellen, was geil ist, so. Du musst dich einfach irgendwo ins Ungewisse stützen, sagen wir mal so. Ins trübe Gewässer. Sag mal das so, Chat, ich weiß nicht. Bruder, also Stark war ganz, ganz, ganz wild. Stark war ganz weird, ganz wild irgendwie. Guck mal, jetzt beginnt es schon wieder so, voll so psychomäßig fast schon. Ähm, auf einer guten Art und Weise. Also wie gesagt, jedes Wort, das ich hier irgendwie verliere in Richtung weird oder psycho oder sowas, ist alles irgendwo sehr, sehr gut gemeint so. Weil ich auch Riesen-Tadel-Fan geworden bin über die letzten Monate. Ähm, trotzdem beginnt es so, als ob jetzt gleich irgendwie was ganz, 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 ganz krasses passiert. So, it's about to go down. Shit is about to go down. Man muss sich festhalten. Wisst ihr, was ich meine? Aber, ich glaube, jetzt geht der ganze Song wieder auf und es beginnt voll mit einem ganz anderen Ding, wie du es erwartet hättest. Ich seh' die Monster pausendurch. Im Dunkeln sind die Augen hoch. Die Bösen sitzen auf dem Thron. Bin ich nicht selbst oder bin ich auch ein Klon? Nice. Fühle ich. Habe ich auch bis jetzt alles verstanden. Kommt nicht so oft vor. Wie gesagt, ich hab, ich hab gerne die Lyrics hier. Ähm, ich hab, ich, ich, Chad, gibt's einen Grund, warum er hier, oder war das die erste EP, die rauskam? Ich glaub' nicht, oder? War das die erste EP? Ich weiß gar nicht, äh, wo wir chronologisch jetzt in der Reihenfolge sind. Ähm, aber, warum gibt es hier jetzt zum Beispiel keine Lyrics zum Nachlesen oder wenn du halt, äh, was nicht verstanden hast oder sowas? Warum gab's das, warum gab's, ja, ist die erste EP, okay, daran kann's wahrscheinlich liegen. Wenn es die erste EP ist, das war die erste, okay. Dann war's wahrscheinlich so, dass sich viele Leute halt vielleicht danach irgendwo nicht beschwert haben, aber eben vielleicht gesagt haben, hey, nächstes Mal irgendwo vielleicht ein paar Lyrics einblenden. Ne? Unterstützt einfach nur den ganzen Hörgenuss noch ein bisschen. Oh, Digga, so, jetzt wird's ein bisschen schneller, fühle ich, fühle ich, schön langsames Intro, jetzt wird's schneller, fühle ich. Und wir haben jetzt extrem oft bei so Babybrain-Sachen generell, ist mir aufgefallen. Nicht nur bei der EP jetzt, sondern auch bei jeder anderen, äh, dass wir teilweise, er sagt jetzt hier wirklich über, keine Ahnung, acht Takte oder so, äh, Dämonen tanzen durch mein Zimmer, Dämonen tanzen durch mein... So viel teilweise verarbeiten, weil es einfach auch so viel widerspiegelt, so wie ich mich fühle teilweise. Und ich glaub, die EPs leben auch dadurch, dass sich viele Leute damit irgendwo auch, ähm, identifizieren können. Deswegen werden die EPs auch immer wieder gehört. Tanzen durch mein Zimmer, Monster tanzen durch mein Zimmer, und die Sonne geht nicht mehr auf. Hatten wir das Feature schon? Lulu hatten wir noch nicht, oder? Ah, guck mal, muss einfach teilweise mal Schnauze halten und laufen lassen. Hast du dich schon einmal gefragt, wieso wir sind, wie wir sind? Hast du es schon einmal gefragt, einen Blick, das eigene Etikett? Wieso es ist, wie es ist, du, das ist nicht... Oh, sie kommt aber auch nice. Man möchte da auch gar nicht viel stoppen, ne, Chat, man möchte da einfach auch nur hören. Aber sie kommt böse, wollte ich aber nur ganz kurz sagen, dass sie ganz böse drauf kommt, so. Also, böse gut, ne. Böse ist nie irgendwie negativ bei mir gemeint. Also, meistens nicht. Du bist, wie es ist, du bist es nicht, sag mir, sag mir, hast du dich überhaupt mal gefragt? Weißt du, hast schon einmal gewagt, einen Blick, tief ins eigene Etikett? Wie es ist, wie es ist... Guck mal, das gibt so... Das ist auch schon fast so ein bisschen Musik ASMR. Also, es kommt schon sehr, auch ihre Stimme so, mit diesem Sample im Hintergrund, so, 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 so ein Loop oder so, so ein Plug Sound, so was ganz, ganz komisches. Aber es kommt so ein bisschen ASMR-mäßig rüber. War nice. Wir lassen einfach direkt weitlaufen. Ich möchte auch jetzt nicht irgendwie krass zu jedem Song viel zu sagen. Äh, Monsters war aber mit Lulu nice, ohne Scheiß. Sie kam auch böse drauf. Falco Lombardi, Abfahrt. Was wollt ihr mir schon erzählen? Was wollt ihr mir schon erzählen? Was wollt ihr mir schon erzählen? Die Bilder will mir nicht nehmen. Solange die Erde sich drehen. Egal ob die Schmerzen nicht nehmen. Ich hab mit dem Herzen gesehen. Die Bilder will mir nicht nehmen. Was wollt ihr mir schon erzählen? Was wollt ihr mir schon erzählen? Was wollt ihr mir schon erzählen? Die Bilder will mir nicht nehmen. Solange die Erde sich dreht Egal ob die Schmerzen ich nehm Ich hab mit dem Herzen gesehen Kommt Guck mal, ich könnte bei jedem Song stoppen und sagen, wie schön es klingt Dann lese ich aber jetzt schon wieder die Kommentare, du wiederholst sie zu oft du sagst es zu oft Ich weiß, dass ich es zu oft sag, aber bei Taddle kannst du es eigentlich nicht zu oft sagen Es kommt wieder direkt super schön Wieder anders wie Monsters und Stark aber super super schön, trotzdem hat jede EP logischerweise einen komplett roten Faden durchgezogen und vom Soundbild her irgendwo immer was gleiches, weil natürlich eine EP sich immer wie ein großer Song anhört meiner Meinung nach, deswegen gehen die EPs ja auch nicht allzu lang, immer so immer 20 Minuten eigentlich grob plus minus 5 wiederhol dich ruhig zu oft aber es ist immer krass wie unterschiedlich teilweise die Songs sich in der innerhalb der EP anhören trotzdem als EP ganzes immer ein ganz ganz rundes Soundbild geben so Ach auf Smash Bros bezogen oder was? hoch hinaus mit dem Double Jump Oh nice hoch hinaus hoch hinaus mit dem Double Jump Okay Aus mit dem Double Jump Ich fühlte mich frei Ich fühlte mich frei Es war alles so leicht Es war alles so leicht Es war alles so leicht Ich fühlte mich frei Ich fühlte mich frei Oh ich mag diese diese Abtempo Dinger bei Taddle mag ich immer So oft wünsch ich es für heute noch einmal wie damals aber langsam muss ich akzeptieren es damals lang vergangen ist aber nichts zu wissen schütz dich und mach neugierig auf morgen und wo einmal Platz für neues war sind heute nur das morgen doch ich lebe Nice 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 Fühlig Wenn die Narben lieben die mich lange so gestört haben und ich trag sie stolz auf meinem Körper Trag sie stolz auf meinem Körper Schön Oh schöne Nummer Schöne Nummer Schöne Nummer Oh schön Hat mir bis jetzt am besten gefallen Oh hat mir bis jetzt am besten gefallen We weren't tied to all the shit Also wir waren nicht irgendwie an diese ganze an diese ganze scheiße gebunden gebunden wortwörtlich übersetzt aber einfach nur Oh das ist schön Aber real talk Real talk Damals ist man irgendwie generell freier irgendwie durchs Leben gegangen Kann man das so sagen freier durchs Leben halt unbeschwerter irgendwo Man hatte irgendwo weniger Verpflichtungen irgendwo weniger Druck auf sich selbst Man ist halt von der Schule gekommen Lass es fünfte, sechste, siebte Klasse sein je nachdem Oder Grundschule noch oder sowas Man hat sich teilweise Ich weiß es noch ganz genau Chad Ich weiß es noch ganz genau Man hat sich teilweise oder fast immer eigentlich in der Grundschule noch nach der Schule verabredet dass man sich dann und dann auf dem Schulhof trifft und ohne Handy ohne nichts sondern man ist da einfach hingekommen und man und er war immer da Damals gab es nicht irgendwie so Abfuckerfreunde die dann kurz zwei Minuten vorher per Whatsapp geschrieben haben Ah nee mein linker Fuß tut weh oder das muss ich machen das muss ich machen ich kann dort nicht kommen Bro wir waren da wir haben wir haben wir haben Bolzplatz bisschen hin und her gespielt so Basketball gespielt fangen je nachdem Räuber und Gendarm so diese ganzen Spiele eben damals war alles irgendwie ja weiß ich nicht Lost and Found okay interessanter Titel oh was passiert jetzt hört sich wie so eine Talkbox an warte mal also es könnten zwei Theorien es könnte eine Talkbox sein habt ihr bestimmt schon mal gesehen Chad man hat es ist quasi wie wie ein kleiner MIDI-Controller wie so ein Klavier ein kleines Klavier Crazy Frog sein Vater und man hat dann so einen Schlauch und den nimmt man schon in den Mund und man spricht dann eben Wörter und je nachdem welchen Akkord du spielst je nachdem welche Tasten du spielst wird halt quasi dieser Ton den du dann quasi durch den Schlauch in die Talkbox gibst auf die Note eben gepitcht zweite Theorie ist er hat es ganz normal quasi eingesungen eingerappt und dann einfach mit dem Vermandten extrem hoch gepitcht was hier auch sein könnte weil man hat durch dieses Hochpitchen hier auch wirklich sehr viele Artefakte drin die man hier auch raushört aber schwierig ich möchte mich würde mich da ungern festlegen aber nice also das diese hoch gepitchte diese crazy frog voice nennen wir jetzt einfach mal dass er die drin lässt und quasi als Harmonie jetzt da drüber rappt nochmals nice Digger digga digga was ist das noch für Drums ne schon damals mit der Maske auf im Klassenraum ja und dann nach der Schule abgetaucht ich hatte keinen ich hatte keinen aber ich hab einen Platz gebraucht trotzdem hielt ich mich schon immer aus aus allem raus ich hab ich auch ich auch will talk ich hielt mich eigentlich aus allem raus teilweise war das sehr von Vorteil teilweise habe ich mir da bestimmt auch ein zwei Sachen bestimmt verbaut hundertprozentig die man jetzt natürlich im nachhinein nicht irgendwie rückgängig machen kann aber ich hab mich auch weitestgehend aus allem rausgehalten bin ich satt gekauft ich hielt mich während von der Erde wie ein Astronaut sie stammeln vom Affen ab und sahen für mich immer noch wie Affen aus ich dachte ich bleib allein bis in die Unendlichkeit wer sich selbst belügt hat tatsächlich gleich sogar nicht wie gewillt schien mir fremd zu sein na ooo Digger 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 War Lost and Found gefällt mir sehr sehr gut rein vom Inhalt her boah böse durchgeplant wie ein Wrestling Fight gefügig sein ist der letzte Schrei ich reiße mich von den Fässern frei zumindest temporär wenn ich Texte schrei fühlt ja niemand was ich fühle sieht ja niemand was ich seh oh fühlt ja niemand was ich fühle sieht ja niemand was ich seh oh ja so lange konnte ich nicht schlafen und träumen konnte ich auch nicht alleine dank meiner Maske sah ich freudig ganz von außen kämpfte gegen die Schmerzen und betäubte sie mit Rauschgift ich dachte wirklich es gäbe sowas wie Freunde überhaupt nicht ja die 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 Lost and Found Peter schönen guten Abend ich hoffe dir geht's gut ähm Lost and Found hittet böse bei mir irgendwie das Falko Lombardi hat mir auch gut gefallen nicht das Dug und Monsters jetzt nicht irgendwie nicht also wir reden hier generell meiner Meinung nach immer von einem sehr sehr hohen Niveau bei Tattel so oder so und wenn ich jetzt mal sag der Song hat mir extrem gut gefallen besser als Song XY von Tattel heißt es nicht dass Song XY automatisch schlecht ist ich hoffe das versteht ihr alle ähm aber ich fand zum Beispiel Falko Lombardi Lost and Found stärker als Monsters und Stuck auf jeden Fall Zwar hatte ich ein Zuhause doch ich fühlte mich nie so nein denn ich war nur zu Hause drin in meinem Kopf zwar hatte ich ein Zuhause oh das kommt böse das ist egal das kommt guck mal wie sich das schon wieder aufbaut doch ich fühlte mich nie so nein denn ich war nur zu Hause drin in meinem Kopf boah jetzt kommt Track Nr. 5 ok 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 hat es was damit auf sich dass das Track Nr. 5 ist und er in den Titel 5 mal das ok schreibt jetzt kommen die Verschwörungstheoretiker kennen die Leute da die direkt irgendwelche Zusammenhänge da erkennt das even if I told you why I dealt very strongly that knowledge would change anything but let's say that I take the time to explain it to you what do you think would happen then ok 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 lass es mich einfach versuchen ich will dir erzählen was in meinem Head is und wenn es nicht sind dann lass ich dich in Ruhe ich habe so viel gewollt und hab es wahr gemacht und habe dies bekommen und habe das geschafft und hab ich nie gefragt ob es mir gibt ersatz ich es bis heute nicht verstanden wenn mein Team nicht da aber ok ja es ist ok denn jeder entwickelt sich weiter hätte ich nie einen Fehler gemacht wär ich noch immer der gleiche fühle ich auch die boah er hat bei Babybrain teilweise solche guck mal er hat er hat teilweise bei Babybrain so viel Zeilen drin mit denen andere Rapper so viel Alben füllen könnten wo ich die Alben dann viel mehr fühlen würde warum hat Babybrain bei einer Pi so viel Zeilen drin wie teilweise manche Künstler in 30 Alben wo ich dann bei einem Song aus 32 Stück mal sag Bruder die Zeile fühle ich zu 100% Digga ich habe jetzt hier 5 Songs wo ich von den 5 Songs 5 fühle weißt du was ich mein so warum war das ist krass fühle ich fast anders wär ich mit mir im Reinen ich hör sie immer noch schreien aber die Schimmer sind leise vielleicht ist es ein Film mit dem Totally On It let's just be honest ich investier die Energie doch nur weil ich noch daran glaube I promise Crash mit Ice Beat nach vorne wie Sonic immer Richtung Sonne niemand kann mich stoppen ich werde mein Körper für benutzen und wir könnenichten und verfolgt von mir selbst auch ich kann mehr in Caern ja ich werden microfas von mir selbst auch ich kann mehr in Caern ja ich werden microfas von mir selbst auch ich kann mehr im Caern ja ich werde sf媽 von mir selbst doch ich kann mehr in Caern ich werde gef ответ von mir selbst und ich muss mehr in Caern dann Lichw poison die existence fliegel war das alles um Sons was passiert jetzt schon wieder ist es schon der track nummer sechs oder gehört es immer noch zu er bin ganz kurz mal generell vielleicht auf diesen musikalischen aspekt auf diesem produzenten aspekt eingegangen eingegangen so ich glaube tadl mag dieses fort oder floh ding extrem krass was ich damit meine sei diese einfach dieses ganz ganz sture two step kick pattern dieses dadurch hat dieser song egal welcher dadurch kriegt so viel energie so viel drive in jeden einzelnen song rein unglaublich oder hier als aufbau quasi so ein idm techno aufbauen okay jetzt kommen wir zu track nummer sechs don't call me eigentlich schon krass respekt an tj babybrain dass er quasi ein künstler mit auf mit auf den song nimmt der quasi sein sein namen fast geklaut hat ne tj peace boy newcomer habt ihr gesagt ich bin mal sehr gespannt was der was er drauf hat guck mal wie das schon wieder anfängt mir geht's gut dankeschön ich hoffe euch geht's auch allen gut gerade nach so einer ep hoffe ich dass es euch trotzdem allen allen gut geht so so hart distorted aber nice kein bock auf den gelaber digga diese diese pitch voices die die kriegen mich schon krass egal wie die gemacht worden sind also ich schätze hundertprozentig eigentlich fast mit den formanden formanden hochgepitcht oder formanden pitching im fascia go formanden pitching oder format pitching meine güte ist auch egal wie aber hört sich super nice an immer und ich denk nur noch die bspw und zur rufmaze ist ein no go ich gehe sicher sicher nicht in ist ein no go was soll das auch diese diese ad lips was soll das und ich denk nur noch die bspw und zur rufmaze ist ein no go ich gehe sicher sicher nicht in meinem bspw und meine mailbox aber dass mich hier lang ist also tattel tattel kann man jetzt auch tattel sagen man kann eigentlich immer tattel sagen oder oder ich meine es nicht böse oder so wenn du anrufst also da spricht er mir auch teilweise so ein bisschen aus aus der seele so ich versuche mich auch generell die meiste zeit über irgendwo ein bisschen fern von social media zu halten was immer so ein bisschen so la la klappt sage ich mal ganz sage ich mal ganz offen und ehrlich den tag über den tag über klappt ist eigentlich ganz gut außer wenn es dann halt irgendwo wenn ich aus dem studio kommen und dann halt auch ein bisschen runter fahr auf instagram geht und so weiter und so fort ja es ist also das merkt man an den dms ich bin auch nicht der aktivste beim beim dms beantworten das tut mir auf jeden fall auch leid maja vielen lieben dank dass du da warst vielen lieben dank ja du anrufst bin ich gerade weg wenn du anrufst hab ich keine neid wenn du anrufst dann hab ich zu tun also lass mich in ruhe fuck you also lass mich in ruhe fuck you word up feierabend den kennen wir schon ne just in a day haben wir glaube ich schon mal abgecheckt oder doch dann haben wir schon abge den haben wir genau den haben wir checken Der ist schon sick, aber der hat auch generell, wir haben ihn damals als Single quasi abgecheckt und nicht im Zusammenhang oder im Kontext der ganzen EP, aber man merkt mal, also finde ich zumindest, wie er sich rein powermäßig, energiemäßig sich von allen anderen Sexsongs abhebt. Also Just In A Day hat für mich die meiste Energie, meiner Meinung nach. Gewinnen ist nicht dein Ding, sieh der Wahrheit mal ins Gesicht. Ohne dich, sieh der Wahrheit mal ins Gesicht. Das finde ich auch nice. Obwohl ich da auch immer wieder sehr wenig verstehe, man muss den Track zwei, drei Mal hören, glaube ich. Aber wo er hier auch wirklich fast so mit diesem Beat verschmilzt, sagen wir mal so, oder eins wird, fühle ich auch. Ja, da hat auch diese sicken Flows, which ist immer wieder drin, egal ob als Beast Boy oder Baby Brain, so generell, Taddle ist da immer sehr bewandert, was das angeht. Bis zum enemmöse! Bös, bis zum sagen! Bös, bös, bis zum��! Die der einzige, der ein Feature, bäßig selbst und keiner findet es komisch. Oh, Digatik. Also, wenn das ja die erste EP war, muss das ja schon krass, krass reingehauen haben. Das war böse. Das war die Reaktion auf Ordinary Feelings von TJ Beast Boy. Äh, TJ Babybrain. Ich hab zu viel. Wer war denn Beast Boy noch, mein Chat? Das war auf jeden Fall Tadde. War ein super nice Ding. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Woche. Genießt sie auf jeden Fall. Bleibt gesund und passt auf euch auf. Peace.